Deutsch für Zuwanderer Thema Unterricht Wortschatz Substantive der Abschluss die Aufgabe die Erfahrung der Erfolg Das Ergebnis der Fachmann der Fachleute die Fachfrau die Fachleute der Fehler Fortschritt die Fremdsprache die Kursgebühr Hochverstehen Der Integration Kurs Der Intensivkurs Der Kursleiter Die Kursleiterin Der Lehrer Die Lehrerin Die Leute Der Platz Die Prüfung Der Teilnehmer Der Test Das Thema Die Übung Das Zertifikat Das Zeugnis Und jetzt Verben Etwas ausfüllen Bestehen Dabei sein Durchfallen Etwas hören Oder jemanden hören Lernen Etwas lernen Etwas lesen Etwas nachholen Etwas prüfen Etwas prüfen Etwas schaffen Sprechen Üben Teilnehmen An Etwas üben Unterrichten Etwas verstehen Oder jemanden verstehen Etwas vorbereiten Vorbereiten Auf Auf Etwas wiederholen Etwas wiederholen Adjektive Hoffentlich Schriftlich Schwer Schwierig Verstandlich Jetzt Wendungen Hast du dich Zuwanderer Zuwanderer Im Mai Bekommen Die WHS Ist meist Eine öffentliche Einrichtung Ich habe Mein Abitur An Einer Abends Schule Nachgeholt Wir sind 20 Leute Im Kurs Ich habe Die Prüfung Bestanden Ahmed Ist leider Durchgefallen Die Prüfung Untertitelung des ZDF, 2020